Der Lumpen, da geht er auf, der Lumpen. Da ist er, da ist er, der Lumpen. Hallöchen! Herzlich willkommen bei LüLü und Leon. Ferrarien-Fan. Fan? So, heute sitzen wir beide hier und heute haben wir für euch nichts. Das Video ist vorbei. Ne, wir bleiben jetzt zehn Minuten hier sitzen und gucken einfach. Na ja. Natürlich nicht. Die schalten so schnell weg, die denken dann, wir machen wirklich nichts. Ist aber gar nicht so. Genau. Wir machen heute, wenn wir so sitzen, was könnten wir dann machen? Wir haben gemacht mit LüLü Adventskalender auspacken. War glaube ich sehr lustig mit Bibi und Tina auf Amadeus und Sabina. Und dann haben wir gefragt, soll der Biber-Bootz-Zimmern das auch machen? Und da haben die meisten geschrieben, jo, soll er. Jo. Nicht nur der Adventskalender. Wir zeigen euch jetzt mal gerade ganz kurz, welche Auswahl er hatte an Adventskalendern. Im Smith-Toys. Smith. Smith. Im Smith-Toys waren wir. Wir waren heute im Smith. Ne, ne, waren wir heute nicht. Aber wir haben den gestern da geholt. Genau. Auf jeden Fall, jetzt seht ihr, was er für eine Auswahl hatte. Das ist ja auch fassbar, die ganze Wand hier. Alles voll. Die könnte sich wahrscheinlich gar nicht entscheiden, aber du ja auch nicht. Die ganze Wand voll mit Adventskalender. Ne. Das sind ja nicht verdammt viele Adventskalender, die hier sind, ne? Ja. Und du bist sicher? Ja. Den, Hot Wheels. Das sind acht Autos, die, ne? Und die sind richtig cool. So, ihr habt das gesehen. Er hat sich entschieden für Hot Wheels. Natürlich, weil wir ja auch letztens die coole Hot Wheels ID Challenge gewonnen haben, hat er gesagt, Mensch, was Leo nämlich sehr cool fand, dass man das an jedes Auto machen kann. Und im Prinzip, ne, zumindest ist es hier hinten drauf, kann man mal schön mit dem Hot Wheels Auto über die Bahn einen Tankbaum vorbeibringen. Ob das so ist, ob das hier alles drin ist, das wollen wir jetzt mal gucken. Jetzt wird also der coole Hot Wheels Kalender ausgepackt. Von 1 bis 2. Wenn ihr euch überraschen lassen wollt, weil ihr denselben habt, dann, ähm, guckt, dann lasst das Video trotzdem laufen, aber guckt aus dem Fenster. Und wenn ihr wissen wollt, was drin ist, ob es sich lohnt, jetzt geht's los. Es ist der 1. Dezember, oh, brrr, ist das kalt, brrr, ist das kalt geworden, meine Herren? Meine Güte, der Sommer muss, der Sommer muss mal wieder her, ne? Doch nicht der Sommer, es ist doch jetzt erst Winter. Ich weiß, was ist die Ehrens? Die haben sich gespannt, die Schwester ist ein Udo drin. Oh, Udo, nein, Udo. Boah, boah, das ist, äh, ein Radical Racer ist das. Oh, Mensch, es ist schon der 2. Dezember, wir haben auch gar keinen Weihnachtsschmuck auf dem Tisch. Doch. Moment. Hm, da freut man sich aber jetzt schon auf einen Nikolaustab, wa? Yes, nein. So. Was für ein Schmaus. Wo ist die 2? Hier natürlich. Boah, da ist der Schlitten. Ein Schlitten. Ein Weihnachtsschlitten. Kann der da drauf? Da drauf? Nee, da drauf nicht. Warte, guck mal. Brrrr. Ein Weihnachtsschlitten, aber ich hab gedacht, man macht den 3. Naja, egal, wir wissen ja noch nicht, was noch so kommt. Willst du die Dreh aufmachen? Die 3? Ja. Oh, noch ein Flitzer. Eine Brummaschine. Seht's fest. Das ist, äh... Vielleicht ein geiles Ding. Das ist ein Montereycer. Montereycer? 4, ne? 4. Dezember ist schon. Also, die Tage gehen rum wie Schmitz-Katze. Es ist noch kälter geworden, jetzt brauche ich auch so viel Schnee. Oh, meine Güte. 1,50 Meter Neuschnee heute. Oh, Gott, eher. Nicht kaputt machen hier den Jute. Oh! Ein Stück Käse. Hey, was ist denn da für... Eine Sprung... Eine Sprungschanze. Ja, das sah aus... Guck doch mal, das sieht aus wie ein Käse. Ach, der Jute Emmentalach. Es ist also kein Stück Käse, es ist eine Sprungschanze. So, bestellen wir es hier. Das schläft mit einer Lebensmittel drin, Werner. Der 5. Dezember. Man, das ist eisig geworden, du. Oh, noch mal 3 Meter Neuschnee. Oh, meine Güte. Die Nummer 5. Mensch, ich glaube, du... Ich glaube, es wird Zeit für eine Pudelmütze. Boah, das ist schon kalt, ey. Etwas Kleines. Was ist das? Das ist eine... Eine Pylone. Eine Pylone. Eine Pylone. Eine Pylone. Nee, das ist was anderes. Da ist er. Eine Pylone. Ey, guck mal. Oh, es ist Nikolaustag. Das ist Kitt. Ich glaube, ich muss mir noch eine Münze aufsetzt. Wie will denn auch alle heute Nikolaussingen? Ja, la, 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 la. Schön warm anziehen. So, Kleon, wo ist Patty? Ja, äh... Ich dachte, ich wollte das sechste Türchen aufmachen. Ho, ho, ho. Von draus vor Weide komm ich her. Ich muss euch sagen, das Säcklein ist schwer. Ja, na, haben wir schon Nikolaustag? Ja. Wo ist denn mein Knecht Ruprecht? Oh, ha. Hallo. Aber du bist zu früh dran. An Nikolaustag am Weihnachtswichtel noch nichts verloren. Du kommst erst an den Heiligen Abend. Hush, hush. Ein bisschen, ich bin. Ich bin fort mit dir. So. Wollen wir mal schön gucken, was wir heute an Süßigkeiten kriegen? Wer so wächst, wo ist die sexy Dio? Was haben wir denn da drin? Ach, oh, noch ein Flitzer. Haha. Okay, was ist das denn? Das ist, äh... Das ist BDD 12. Was ist denn? Das ist ein Fußballflitzer. Seht ihr das? Ja. Warst du denn auch artig? Ich denke. So, dann kannst du heute schön noch einen Apfel abgrasen von den Nachbarn. Sieben hier. Sieben, oh, ja, gut. Genau. Sitzt dein Bart ordentlich? Nee, der sitzt nicht so richtig. Muss ich so machen. Jetzt habe ich die ganze Zeit den Bart im Mund. Okay, also mal sieben ist. Was ist da drin? Au, da ist ein Pferd drin, oder? Ein Pferd? Ein Sattel. Für Amadeus und Sam... Nee, oder? Das ist ein Rentier. Ein Rentier, da ist es. Nummer 8 ist schon ein Mann. Das ist ein Eisigkeit. Boah, brr, ich glaube auch nicht. Meine Güte. Es wird Zeit. Ich muss mir mal eine neue Ferriere geben. Hol dir mal eine Pudelnütze. Ja, äh, äh. Wo ist denn die 8? Hier. Ach so. Boah, noch ein Flitzer. Oh, das ist, äh, das ist hier aber. Oh, das ist aber. Oh, hier, das ist, äh. Oh, das lehnt hier so. Oh. Ja, hat einen Schwindelanfall. Das ist, oh, das ist, ist das nicht in Jolf? Ist das nicht in Jolf? Nee, das steht da, das. Au, 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 der Schiss. Aha. Steht da ja nicht drunter, was das ist. Sieht aus wie in Jolf, ne? Boah, der 9. Dezember, das wird ja immer kälter. Wir haben schon lange Milus gerade. Oh, noch mal 8 Meter Neuschnee. Mann, Mann, Mann. 9, 9, 9. Du, die steht aber auch in der Luft, Leon. Wie so eine Antenne. Oh. Was ist das denn? Ach, das ist ein Schneeschieber. Hier, kannst du, äh. Was ist das? Ja, das ist bei den 13 Metern Neuschnee, die wir heute gekriegt haben, aber auch bitter nötig. 10, dann. Da ist die 10. Ey, ein Schlitten, Theo. Oh, und ein Schlitten. Haha, jetzt aber. Hehehe. 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 Der fährt vor und der schiebt weg. Hehehe. Hehehe. Boah, Mensch, brrrr, ist das kalt. 25 Meter Neuschnee. Boah, 25 Meter Neuschnee, ist das kalt. Brrrr, das ist eisig. Boah, und dann, äh, heute am, äh, 11. Dezember. Ja, du, äh, meine Idee, mach mal öff. Oh, Parking, Workshop-Parking-Only hier. Ist jetzt schon die 12? Jetzt sind wir schon, ach, haben wir schon den 12. Haben wir schon den 12. Das geht ja mit riesen Schritten. Die 12-Tage ist unheilig Abend. Oh, 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 oh. Die 11. haben wir schon geschaut. Oh, was ist das denn da? Oh, guck dir das an. Guck dir die Karre um. Boah, das ist aber ein schön. Oh, das ist... Äh, die Ampel. Oh, die Lampen. Was ist mit der Ampel los? Oh, mein, ihr wei. Das ist ein Hot Rod, ist das, ähm. Bone Shaker. Aber ya. Bivo Richard. Boah, bo någon. Bislang find ich den am coolsten. Und du? Oh, das ist ein geiles Auto. Als wären die Fabrik immer noch was für dich, ne? Ja. Aber ich hab grade eine Meldung gekriegt. Wir haben... Wir haben... Jetzt haben wir zwillinge. Wir haben Zwillinge von den Linan Autos. Hä? H view. War der schon mal so an? Ja. Achso. Ich weiß nicht. Geschwister, Familie. Weihnachten, Familie. Heute ist der 13. Heute geht's an den Kopf vom Weihnachtsmann. Mal drehen sehen, was ist da drin? Was ist das? So sehe ich es besser. Das sind Reifen. Da kann man wahrscheinlich Reifen drauf ablegen. Keine Ahnung. Ist jetzt schon wirklich der Firmkirche... Oh, in 10 Tagen ist Heiligabend noch mal 30 Meter Neuschnee hat's gegeben heute. Oh, noch ein Reventier. Oder was ist das? Oder ist das ein Hirsch? Ist das ein Hirsch? Hirsch? Eis, ich? Harry Hirsch. Deswegen. Hirsch, Eis, ich. Wo ist denn die 15? Da oben. Was ist drin? Ich bin schon ganz aufgeregt. Ein Schlitten oder ein Hindernis für Pferde. Ne. Oh, das ist... Ne, was ist denn das? Vielleicht gehört das zum Schlitten. Heute ist herrlich Abend. Ich bin schon ganz aufgeregt. Irgendwo ist auch immer ein Teil, wo man so einen Weihnachtsbumm drauf macht. Ich lerne Papas Sprache. So, das war ja ganz einfach. Natürlich ziehen die Rentiere ja das Auto. Den guten alten Hot Rod. Das ist nämlich auch einer. Ich glaube, die heißen alle so. Wenn die hier die dicken Auspuffrohre da ran haben. Aber jetzt... Die machen Rentiere rein. Die machen ja gar nicht Hüh, oder? Oh, hat schon wieder 44 Meter Neuschnee gegeben. Ja, also wirklich. Welcher ist denn der? Ja, ist der heute schon Weihnachten? Ist der 16. Der 16. Haben wir am 16. schon. Das ist aber kalt. Willst du den 16. offen? Ja, wei. Ich will doch mal schauen, was er drin ist. Aber am 16. Da gibt'n... Da Lumpen. Wo geht er auf? Da Lumpen. Da ist er. Da ist er. Da Lumpen. Ohohohohohoho. Guck da. Das ist aber... Das ist ein Olli Rocket. So. Oh, verdammt mal heute. Kalt ist es geworden. 17. Da ist bestimmt noch ein Rentier drin. Na ja, haben wir schon zwei. Ähm... Was ist das? Ein Oreo... Nee, kein Oreo. Okay, ich sehe doch so nicht an. Happy Holidays! Blauschimmelkäse, dann Oreo. Was kommt als nächstes? Kölner Schweizwurst. Wir haben schon den 18. Oh, das Weihnachtsmann! Hohohoho, meine lieben Freunde! Was ist das? Ich glaube, das ist doch der Weihnachtsmann, oder nicht? Da ist er! Ist das ein Affe? Hat er kein Gesicht? Hat er kein Gesicht? Ein Weihnachtsgnom! Auf jeden Fall hat er eine... Die Nase ist fast so dick wie seine Zipfelmütze. Hohohoho! Dann ist mein Schlick weg! So! Wir sehen es ja noch, was kommt. Da ist er auf jeden Fall auf dem anderen Arm. Wo ist denn die neue Zehn? Hier, ne? Och, nur noch fünf Tage, dann ist Eiliabend. Ich freue mich ja so! Da ist er endlich! Da ist der Kondo! Der Weihnachtsbaum, den wir endlich liefern können! Jawoll! Wird auch langsam Zeit! Hallöchen! Heute am 20. Die Zimmer! Oh! 54 Meter Neuschnee! Mann, Mann, Mann! Das wird... Da willst du mal den 20. Aufmachen! Den 20. Wo geht denn der? Oh! Oh! Ich glaube, das ist der Flitzer, den wir brauchen, dass wir endlich die Weihnachtsbäume ausliefern können. Habt ihr denn schon einen Weihnachtsbaum? So! Und schon geschmückt! Äh, äh! Hier, guck mal! Mit Ladefläche, dass er da auch rauf passt! Haufen! Upp! Bethlam! Der fährt nach Bethlehem, fährt er! So! Wer weht noch mal? Wer hat noch nicht hier? Weihnachtsbäume, Weihnachtsbäume! Zack, zack, zack! Jo! So hört sich's an! Äh! 21. Drei Tage noch! Drei Tage noch! Ich freue mich so! Was haben wir da? Ein Pferdetrog! Ach ne, ist er! Das ist ein Schokoteil! Oder? Was ist das? Holz! So! Zwei! 23! Ich bin richtig aufgeregt! Mit sieben Meilenstiefeln geht's auf Heiligabend zu! Ja! Wenn ich diesen ersten Meilenstiefel... Ach, jetzt ist er wieder auf seine dicke Nase gefallen, der Weihnachtsmann! Oh! 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 Der Automatt! Das ist ne... Das ist ne Tanke! Der Mond! Ach wie süß! Kann der Weihnachtsmann schön an ne Zapfsäule fahren! Also! 23! Willst du die 23 ausmachen? Und darf ich gleich die 24? Ganz bestimmt nicht! Oh! Ein Schnee! Was fehlt denn noch? 65 Meter Neuschnee! Na da gehen wir aber erstmal raus und bauen nen Schneemann! Erwin, Daddy, der Schneemann! Warte! Eis! Eis! Es ist Heiligabend! Ja! 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 Fröhliche Weihnacht! Und jetzt sind wir gespannt, was am 24. noch im Hot Wheels Kalender ist! Richtig! Wir gucken nach! Hä? Ne? Mensch, da bin ich aber jetzt hier spannend! Was fehlt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Autos haben wir auf jeden Fall genug! Okay! Oder ist da noch ein Auto drin? Mach auf! Ein Udo! Ein Karschen! Ein Cabrio! Der hat die Weihnachtsfarben! Stimmt! Wahrscheinlich weil an dem Tag Heiligabend ist! Ein Carbonic! Das ist alles aus Carbon! Ey, warte mal! Guckt euch die Schlappen an! Schöne 20 Zöller! Kerl! Schlappen! Und, ja gut, aber das jetzt bei 70 Meter Neuschnee ist natürlich im Cabrio schwierig! Kommt mit meine kleinen Rättiere! Ihr Schenke ausliefern! Auf jedet! Oh! So! Und ich brauche mal den Turmdamm vorbehen! Ja, der Baum sollte natürlich schon lange ausgeliefert sein, da bist aber ein bisschen spät dran! An Heiligabend muss er ja schon geschmückt sein! Wir wünschen euch ein fröhliches Weihnachtsfest! Und falls ihr auch einen Hot Wheels Kalender habt, viel Spaß beim Spielen mit den schnieken Autos hier! Und falls ihr noch nicht wisst, was ihr mit Adventskalender haben wollt, hätten wir jetzt einen Tipp für euch! Ne? So! Das haben wir jetzt alles mal für euch nochmal aufgebaut! Das coole ist, dass ihr diese Autos, die können auch auf der Hot Wheels ID-Bahn fahren! Da ist ja dieses Ding, was die rausschießt! Das heißt, damit kann man auch fahren! Das heißt, man kann diese ID-Bahn mit der ganz normalen Bahn ja kombinieren! Und das auch noch da hinsetzen! Ne? Das können wir einfach quasi mit da rein stellen! Das ist der Hot Wheels Kalender auf jeden Fall! Viemlich cool! Jetzt haben wir was für Mädels, Pippi und Tina, was für die Jungs! Hot Wheels! Und für Mutti und Fanny das zeigen wir nicht! Bist du zufrieden? Ja klar! Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht Autos! Acht Autos! Ein Weihnachtsmann, ein Schneemann, ein Baum! Was will man mehr? So! Mensch! Egal! Wie gesagt, schönes Weihnachtsfest wünschen wir euch! Wir hoffen, dass bei euch auch 364 Meter Neuschnee gefallen sind, so wie bei uns! Mensch! Und brr ist das kalt! Wir werden uns jetzt warm anziehen und gucken, dass wir die Tür vom Schnee befreien! Dass wir irgendwie wieder rauskommen hier aus dem Haus! Macht es gut! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!